Einen wunderschönen guten Tag aus Berlin. Es ist Mittwoch. Heute ist der 17.07.2024. Und ich hätte vielleicht mal vor dem Aufnehmen abhusten sollen, ich weiß es nicht. Wir schauen mal, ob ich jetzt hier mich nochmal mute oder nicht. Hört man das eigentlich, wenn ich den Knopf drücke? Ja, ich glaube schon, oder? Ist zumindest ein kurzes Klickgeräusch oder sowas zu hören. Genauso, wenn ich meinen Stream beende und mit der Maus auf Stopp Recording klicke, glaube ich. Ja, was gibt es zu erzählen? Es ist Wochenmitte. Wir haben gestern nach der Arbeit ein bisschen gestreamt. Control haben festgestellt, dass die Agentur, nee, ist ja keine, ist eine Agency, also diese Behörde, nicht nur meinen Bruder einkassiert hat, sondern auch mich anscheinend die ganze Zeit schon beobachtet. Ja, und da haben wir gestern irgendwie aufgehört. Zwei Stunden haben wir gespielt. Und heute wird es ähnlich sein. Irgendwann so gegen 17 Uhr für zwei Stunden bis 19 Uhr ein bisschen Control. Kommt gerne vorbei, wenn ihr mögt. Gestern war ganz lustig. Gestern habe ich mir aber ganz schön die Zähne ausgebaut, genau. Ausgebissen an einem bestimmten Bereich des Spiels. Da bin ich irgendwie nicht durchgekommen. Zu viele Gegner, zu viel Schaden, zu wenig Lebenspunkte und zu wenig Skill. Und das ist natürlich dann ein bisschen eine schlechte Kombi. Hat am Ende irgendwie geklappt. Ich glaube, fünfmal habe ich es versucht. Fünfmal haben mich die Gegner zermanscht. Und ja, manchmal ist der Trick vielleicht doch, in die Menge reinzurennen und an der Menge vorbeizurennen und dann von der anderen Seite die irgendwie in Schach zu halten. So gut es geht. Ja, da habe ich ein bisschen Serien geguckt. Habe aber nur eine Folge von The Boys geschafft. Ich wollte eigentlich noch eine Folge von The Righteous Gemstones gucken, aber das habe ich nicht mehr hingekriegt zeitlich. Nebenbei noch Stream geguckt, selber. Ja, von daher nur eine Folge. Und morgen kommt die letzte Folge von The Boys Staffel 4 raus. Und heute kommt die letzte Folge von der unsäglichen Serie The Acolyte raus. Ja. Also ein bisschen was an Futter ist da für heute Abend. Jo. Ansonsten. Temperaturmäßig geht's. Gestern war relativ schwül. Das klebte schon früh am Morgen überall. Bis in den späten Abend hinein. Jetzt hat es sich ein bisschen abgekühlt. Gestern Abend hat es auch ordentlich geschüttet. Und abgekühlt. Gerade ist es auch relativ frisch. Relativ frisch. Also ich weiß nicht. Unter 20 Grad würde ich sagen. Ähm. Ja. Ähm. Ansonsten. Haben wir nüscht? Nö. Hab ich nüscht mehr. Habt ihr noch was? Ach. Ihr könnt ja nichts sagen. Ihr könnt höchstens was kommentieren. Äh. Ja. Wenn ihr mögt, kommt heute Nachmittag gerne wieder vorbei auf Twitch. Und ansonsten gibt es morgen den nächsten täglichen Vlog. Dieses Jahr im Dezember gehe ich übrigens ins 10-Jährige. Da nehme ich seit 10 Jahren tägliche Vlogs auf. Den ersten habe ich, glaube ich, irgendwann im Dezember 2015 aufgenommen. Äh. 2005 habe ich mit meinem Tagebuch angefangen. 2004, 2005. Ne, ein bisschen. 2001 habe ich, glaube ich, mit dem Tagebuch angefangen. Dann bin ich irgendwann umgezogen auf dem Weblog. Und seitdem schreibe ich das ja jeden Tag. Und die Vlogs sind 2015 dazu gekommen. Ja. Also, 10 Jahre Videos. 365 im Jahr. Das müssten ja 3650 Videos sein, die auf meinem Kanal sind. Krass. Krass, krass, krass. Masse, Stadts, Klasse. Oder so. Gut. Ich wünsche euch was. Habt einen schönen Mittwoch, ein schönes Bergfest. Und kommt gut durch den Tag. Und wir hören uns später oder morgen. Tschüss. ist mit. Doch. Dann include. weniger. dicho lesben.